Schau uns, in den letzten Jahren ist es populär geworden, dass Menschen, die keinerlei Kompetenzen haben, ihnen und mir vorschreiben können und dürfen, wie zu heizen ist. Wann und wo sie ihre Heizung einschalten dürfen. Und das Ganze wird aber geframed unter dem Krieg. Das heißt, wir frieren für Ukraine, Russland. Aber wollten wir das? Was ist unser Thema dabei? Naja, wie im Krieg üblich, wird man nicht gefragt. Man wird nicht gefragt. Ja, genau. Das ist aber ein sehr gutes Beispiel, was Sie da nennen. Denn es wird tatsächlich behandelt wie im Kriegsrecht. Wir werden behandelt wie im Kriegsrecht. Ja, lieber Herr Günther, ich bin froh, mal endlich hier zu sein. Die Anzahl meiner Sorgen, sage ich mal, ist ein bisschen gestiegen in letzter Zeit. Ich spreche mit ganz vielen Leuten jetzt angesichts der Bauernproteste. Was passiert da? Wie geht das aus? Wenn die Bauern schon jammern und alles Mögliche, alle möglichen Wirtschaftszweige jetzt wirklich auf die Straße gehen, wie die Spediteure und die Gastronomen und so weiter. Wie gefährlich ist jetzt die Lage im Moment, wenn sich das so schon äußert? Die Lage ist so gefährlich, dass Menschen endlich auf die Straße gehen. Denn das große Problem ist ja, dass wir Deutschen ein Volk sind, das relativ strapazierfähig ist. Wir haben ja doch in den letzten Jahren einiges an Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen, meiner Meinung nach. Und immer haben wir gefressen und gefressen und gefressen. Und inzwischen bin ich sehr, sehr dankbar, dass zumindest ein kleiner Teil unserer Bevölkerung aufsteht und für die Interessen des gesamten Volkes einsteht. Denn natürlich, die Landwirte protestieren für ihre Agrarinhalte. Das ist auch richtig. Aber die Folgen, die daraus entstehen, sind natürlich auf die gesamte Gesellschaft abzuarbeiten. Wenn natürlich die Einkaufspreise beim Diesel steigen, dann wird es auf die Erzeugerpreise umgelegt. Und so wird dann auch Brot und Butter bei Aldi teurer, auf Deutsch gesagt. Absolut. Und der Punkt ist der, das ist ja nur der eine Teil. Die Dinge des täglichen Lebens umfassen ja nicht nur Brot und Butter, sondern es ist Energie. Auch bei der Energie haben wir uns bewusst dazu entschlossen, die günstige Energie aus Russland nicht mehr zu beziehen. Das kann man machen, ohne aber darüber nachzudenken, wie wir es denn ersetzen. Ja, also das ganze Setting ist so, wie ich als Jugendlicher gelebt habe. Ich war ganz sicher, dass das Geld irgendwo herkommt schon, damals von den Eltern. Und später wusste ich auch, dass ich ein extrem auch finanziell erfolgreicher Berufstätiger sein würde. Aber ohne mir genau Gedanken zu machen, wie genau das passieren soll. Diesen Eindruck habe ich jetzt auch. Herr Lindner und Konsorten stellen sich auf die Bühne vor. Die Bauern sagen ihnen, wir machen trotzdem alles so, wie wir das vorhaben. Wir verteilen auch das ganze Geld in der Welt, ohne das einzuschränken. Und es passiert irgendwie gar nichts. Das heißt, die Gefahr bleibt bestehen. Können die Börsen an die Entwicklung des Jahres 2023 anknüpfen? Oder kommt jetzt der lang erwartete Abverkauf? Welchen Einfluss haben kriegerische Auseinandersetzungen im Gazastreifen als auch in Russland und Ukraine? Und welche weiteren Brandherde entwickeln sich gerade auf der Welt, die großen Einfluss auf ihr Vermögen haben? Wenn das für Sie interessant ist, dann lade ich Sie persönlich ein, am 19.04.2024 nach Lichtenstein zu kommen. Dort werde ich mit ganz, ganz tollen Referenten genau über diese Themen sprechen. Wir sprechen mit Dr. Markus Krall, Professor Dr. Max Otte und vielen, vielen weiteren Experten über die Themen kriegerische Auseinandersetzungen. Ist die Inflation jetzt gekommen, um zu bleiben? Kommen sie in Wellen wieder zurück? Was können wir da erwarten? Und was vor allen Dingen können wir heute noch von Gold, Aktien und Immobilien erwarten? Ich freue mich auf Ihr Kommen. Die Gefahr bleibt bestehen. Sie wird sogar noch größer. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, was ist da die Gefahr? Ist die Gefahr, dass die Proteste sich ausweiten? Ist es eine Gefahr? Weil ich sage, wir stehen auf für diese Sache. Wir stehen für uns selbst auf, denn anders wird es nicht funktionieren. Bloß man muss es dann auch zu Ende denken. Das bedeutet, wenn wir diesen Menschen jetzt folgenden Protestierenden, und es wird ja teilweise nachgegeben in ganz kleinsten Teilen, dann langt es aber noch lange nicht, um die Folgen der Politik, die gerade stattfindet in diesem Land, abzufedern. Also das ist ja nur immer noch zu wenig. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass noch mehr Proteste stattfinden. Natürlich gerne auf friedlicher Ebene, so gut es alles geht. Und es geht auch, die Landwirte machen das hervorragend aus meiner Sicht, ohne da großen Schaden den anderen zuzufügen und dennoch ein großes Statement zu geben. Also die machen das hervorragend. Aber immer noch zu wenig, um eine Veränderung herbeizuführen. Schau uns, in den letzten Jahren hat sich das so, ist es populär geworden, dass Menschen, die keinerlei Kompetenzen haben, ihnen und mir vorschreiben können und dürfen, wie zu heizen ist. Wann und wo sie ihre Heizung einschalten dürfen. Und das Ganze wird aber geframed unter dem Krieg. Ja, das heißt, wir frieren für Ukraine, Russland. Aber wollten wir das? Was ist unser Thema dabei? Naja, wie im Krieg üblich, wird man nicht gefragt. Man wird nicht gefragt. Ja, genau. Das ist aber ein sehr gutes Beispiel, was Sie da nennen. Denn es wird tatsächlich behandelt wie im Kriegsrecht. Wir werden behandelt wie im Kriegsrecht. Das heißt, es gibt ein übergeordnetes Ziel. Damals ja die Eroberung Russlands, sage ich mal. Und heute ist es die Rettung der Welt in Sachen Klima etc. Und dann sollen wir alles völlig undemokratisch schlucken. Welches Verhältnis hat denn diese Regierung zur Finanzwelt, Ihrer Meinung nach? Haben Sie da irgendwelche Anhaltspunkte, wenn Sie mit Regierungsvertretern zusammentreffen oder Leuten, die damit zu tun haben? Schauen Sie da wie zum Beispiel die Energiephysiker, die dann in leere Augen schauen, weil sie merken, die Politiker haben überhaupt keine Ahnung und wollen es auch nicht. Wissen ist das mit der Finanzwelt auch so? Also es ist leider so, dass dieses Sprichwort Geld regiert die Welt völlig zutreffend ist. Also das ist leider kein Märchen, sondern das ist einfach gesetzwirrisch fast sagen. Und da muss man natürlich sagen, dass einige Politiker, die hier an der Macht sind, eine große Historie in der Finanzwirtschaft hatten. Und natürlich kann man jetzt da keine Unterstellungen machen, aber es ist einfach, wenn man die Ziele der aktuellen Regierung anschaut oder der Politik, der Parteienlandschaft in Summe, dann kann man denen einfach nicht unterstellen, dass da eigene Ziele verfolgt werden. Das heißt also, es geht nicht mehr dem Wohl des Volkes mehr zugute. Das sollte ja eigentlich das Ziel der Politik sein, zu schauen, okay, wie können wir Prosperität in der Wirtschaft erlangen. In unserem Regierungsgebiet. Genau, zu Hause, bei uns zu Hause. Wie können wir die Leute in Lohn und Brot? Schauen Sie, mein Vater, wir sind vier Geschwister. Mein Vater ist Hauptschüler. Der hat es geschafft, mit seiner Hände Arbeit, die Kinder durchzubringen. Wir waren zweimal im Jahr im Urlaub. Probieren Sie das heute mal. Sie sind heute 30, 40 Jahre alt, haben zwei Kinder. Das wird nicht funktionieren, wenn Ihre Frau auch nicht damit mitmacht. Wenn vielleicht die Frau nicht sogar einen Nebenjob hat oder so. Das funktioniert einfach nicht. Ich kenne mich blendend aus. Ich habe vier Kinder, selbst bin Alleinverdiener deshalb. Und Urlaub ist für uns ein Fremdwort. Also das ist tatsächlich so. Mittlerweile. Also bis vor kurzem ging das noch, aber mittlerweile, es wird immer so geframed bei uns zu Hause. Das wird wieder besser. Aber ich fürchte das nicht. Also der Warenkorb meiner Frau zum Beispiel, die geht zweimal die Woche einkaufen für eine große Familie. Das war irgendwie vor kurzem noch irgendwie 120 Euro dann pro Korb. Und das hat sich verdoppelt. Und das perfide daran ist, dass letztlich dort, wo gemessen wird, was der Warenkorb, der Warenkorb Ihrer Frau ist ja nicht der Warenkorb, der die Inflation widerspiegelt. Denn das wird in Frankfurt in den Bürotürmen gemessen. Und wenn man da mal genau reinschaut in diese Warenkörbe, dann sehen Sie, und das mal ausbreiten würden, was da drinsteckt, dann ist das was ganz anderes, was Ihre Frau einkauft. Ihre Frau kauft ein Brot, Milch, Zucker, Eier und solche Sachen. In den Warenkörben dieser Welt stecken aber PCs. PCs werden jedes Jahr günstiger. Das heißt, für das gleiche Geld kriegen Sie immer mehr Ware oder immer mehr Technik. Da sind Eheringe drin. Wie oft brauchen Sie, Herr Winter, Eheringe? Ja, also meine Frau wird hoffen, mich auch nur einmal eigentlich. Ja, das ist die Idee. Aber gut, auch da gibt es aber nicht jede Woche. Aber das sind die Ideen. Und da wird also viel Unwahrheit gesagt. Die Wahrheit ist allerdings... Unser Bargeldreport zeigt Ihnen auf, wie Sie sich davor schützen können, dass andere darüber entscheiden, wie und in welchem Umfang Sie Bargeld für sich privat nutzen. Wenn das für Sie interessant ist, dann gehen Sie jetzt unterhalb dieses Beitrags und laden sich unseren kostenlosen Bargeldreport herunter. Das Leben ist viel, viel teurer geworden und die Übergriffigkeiten der Politik sind mehr geworden. Und gleichzeitig kommen dann oft die Fragen, also zu uns zum Beispiel hier ins Büro, ja, wann, Herr Professor Orte, kommt denn eigentlich jetzt diese Enteignung? Wie findet die eigentlich genau statt? Und da sagen wir, Leute, aufwachen. Seit 2020 sind die Kosten des täglichen Lebens und die sind inzwischen gemessen tatsächlich, wieder etwas zurückgekommen, aber die sind seither um über 20 Prozent nach oben gegangen. Und jetzt Frage an Sie, wie viel mehr Einkommen haben Sie? Das ist ganz einfach. Ja, ich bin als Selbstständiger auch. Ich habe Honorare. Die sind bekannt, die sind auch üblich und die haben sich seit zehn Jahren überhaupt nicht verändert. Also das ist derselbe Tagessatz für vergleichbare Jobs. Da ist überhaupt keine Steigerung in Sicht. Stattdessen steigt aber dann das Kilometergeld meiner Kameraleute und meiner Technikleute an, exorbitant und die Auftraggeber zahlen nach wie vor 30 Cent. Also das ist so meine Realität. Aber das Problem ist, das ist ja gewollt. Und es ist ja auch kommuniziert. Also wenn Sie sich anschauen, was der Wirtschaftsminister von sich gibt. Manche sagen auch, es wird gehabackt. Nur mal vorübergehend nicht mehr gearbeitet. Wenn Sie mal was wissen wollen über wirtschaftliche Zusammenhänge, können Sie ihn vielleicht mal herbitten und da kann er Ihnen das vielleicht erklären. Ich wäre so froh, wenn ich von dem Mann einmal einiges erklärt bekommen könnte. Da wäre ich sehr, sehr froh. Ich habe die große Befürchtung, dass ich nach wie vor immer noch nicht alles verstehen würde, was er da sagt. Aber das ist ein anderes Thema. Der Punkt ist der, ich befürchte, weil wir wollen konstruktiv bleiben. Ich befürchte, dass es erst mal noch, Herr Winter, noch schlimmer werden muss, bevor es einen Fetzenknall gibt und es dann von da aus wieder anders geht. Weil nach wie vor gibt es auch viele Träumer, viele Menschen, die einfach sagen, ja, komm zusammen, das stehen wir schon durch. Und ja, die werden das schon machen da oben. Aber gleichzeitig gibt es Vermögensverluste, vorprogrammierte Vermögensverluste, wurde ja angesagt. Die Menschen haben weniger Geld zur Verfügung und das ist das ganz große Problem hier in dem Land. Ist auch schlechte Propaganda, schlechte PR. Denn CO2, ansteigende CO2-Steuern und solche Spirenzien sind ja auch für den einfachen Mann ganz klar als neue Belastung, ideologisch motivierte Belastung zu erkennen. Das heißt also, diese Regierung läuft ja auch rum und gibt quasi zu, dass sie die Wirtschaft ruinieren will. Ja, das ist natürlich eine ganz neue Wendung. Also ich hätte mir früher immer gedacht, okay, es gibt Leute, die wollen die Wirtschaft ruinieren, verschleiern es aber. Aber diese Regierung tut es eigentlich nicht. Sie sagt ja ganz offen, wir müssen die Wirtschaft ruinieren, damit die Umwelt klimpflicher davon kommt. Und da kann man gerne auf ein anderes Thema noch zurückkommen, weil Sie jetzt auch Energie ein bisschen angesprochen haben. Schau uns, ich selbst bin, ich bin 36 Jahre und ich habe großes Interesse, dass wir da in einer Art und Weise wirtschaften, sodass wir in 50 Jahren immer noch gut hier leben können. Sie haben das nötige Feuer, weil Sie haben noch viel vor sich. Natürlich, klar, aber das hat ja jeder, der so jung ist, vor sich. Das ist ja den Alter bedingt. Absolut, ich spreche jetzt als alter Typ. Ich habe schon so diese Illusion, wie Sie sagen, na ja gut, es geht demnächst, ist bei mir sowieso Feierabend so ungefähr, aber wenn Sie jetzt 36 sind, dann hat man diese ganze Belastung da vor sich sieht. Mein lieber Scholli, das ist schon nicht so einfach. Richtig. Und schau uns, ich bin da selbst sozusagen, ich habe einen grünen Hauch sozusagen und bin aber dabei sehr realistisch. Ich habe die Tage eine eigene PV-Anlage aufs Dach gemacht. Aber ich bin noch nicht so hirnverbrannt, zu sagen, dass ich damit dann die Energiewende einleiten könnte und so Unternehmen wie BASF, Bayer oder BMW in Dingolfing, wenn ich mit diesem Strom das versorgen sollte, das langt nicht mal für die Mittagspause, versteht es? Das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen da andere Lösungen. Und inzwischen gibt es auch andere Lösungen. Und ja, es ist nicht immer alles... Das ist aber nur Ihrem Egoismus geschuldet, wenn ich das mal anfrage. Ja, natürlich. Sie träumen ja davon, im Wohlstand zu bleiben oder zu kommen. Und Sie träumen vielleicht sogar jetzt schon von einem schönen Lebensabend. Das sind natürlich Werte, die man vielleicht auch mal aufgeben muss. Ich sage es als Advocaitus Diabolik, ausgerechnet bei einem Investmentfonds. Also ich glaube, wenn Sie jetzt hier anfangen als echter Grüne und sagen, wir investieren hier zwar, aber es muss hinten nichts rauskommen, dann hätten wir auch ein Problem. Das ist unsagbar. Also solche Ideen... Und so werden wir aber regiert. Das ist das ganz große Problem.